Musik Es geht halt auf die Gelenke einfach. Also wir tun abends wirklich die Hände schon weh. Kommst du zu nah hin, verbrennst du und je näher du da rankommst, irgendwann gibt es natürlich mal Brandblasen. Hallo! Die Situation schaut irgendwie ein bisschen flach aus. Es tut auch in den Händen. Also wenn du es einen ganzen Tag hast, bekommst du auch eine Bremse. Also ich weiß, die sind uralt. Die hatte meine Mama schon. Musik 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 Das Material ist schön leicht, ein bisschen kürzer und spitzer. Mit der Wellung da drin, also das finde ich schon mal nicht schön, weil ich kann jetzt auch, wenn es einmal ist, mein Bratwurst, wenn ich die rolle, jetzt mein Spieß da liegen lassen und dann rollen die mir bloß da drauf und rollen wir nicht drüber. Und das ist schon mal eine gute Idee. Das ist natürlich die Hammer Idee. Das ist eine super Idee, ganz, ganz toll. Ringer. 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 Ringer.